Leute, was geht? Wir drehen heute, wie gut kennst du deinen Boss und fragen die ganzen neuen Team-Member, die gerade von einem neuen Team-Chef gewählt wurden, wie gut sie eigentlich ihren Boss kennen. Wo kicken Poldi und Alisha aktuell? Poldi kickt natürlich noch in Polen, weil, das auszusprechen ist wahrscheinlich nicht ganz so leicht, aber Czabry, ja auf jeden Fall, Gornik, Czabry, Alisha hat auf jeden Fall bei West Ham gespielt. Die spielt jetzt bei Aston Villa. Aston Villa, okay, ja gut. In welchen Sportarten fühlen sich Contra Cara und Felix Lobrecht zu Hause? Weil beide so ein bisschen Hip-Hop mäßig sind, würde ich sogar sagen Basketball. Tatsächlich, also das Kickboxen. Okay, habe ich das gar nicht mit gerechnet? Hätte ich auch nicht mit gerechnet, Alter. Ich habe mein Bein gezerrt. Nenne einen Verein, bei dem Hans Sarpay gespielt hat. Die Frage ist sehr einfach. Ja, ich habe ja zusammengespielt, aber weil ich lieber konnte.